Moin! In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wie das Kaiserreich China im Jahr 221 v. Chr. entstanden ist. Viel Spaß! Also gut, für die Entstehung des Kaiserreichs China fangen wir im Jahr 475 v. Chr. in Asien an. Wir befinden uns in der Zeit der streitenden Reiche. In den Jahrhunderten zuvor herrschten noch einige Herrscherdynastien und diese Zeit der streitenden Reiche begann, weil die östliche Zou-Dynastie in der Bedeutungslosigkeit versunken war. Am Anfang dieser Periode gab es noch ca. 16 Staaten, die miteinander konkurrierten. Manche dieser Reiche waren aber sehr klein und wurden den größeren Reichen einverleibt, sodass bis 300 v. Chr. nur noch diese sieben Reiche übrig waren, Wei, Han, Qin, Qi, Chu, Yan und Cao. Weil man heute von der Zeit der streitenden Reiche spricht, dann sind normalerweise diese sieben Reiche damit gemeint. Wei war dann der erste Staat, in dem Reformen eingeführt wurden, wodurch der Staat deutlich gestärkt wurde. So wurden z.B. Reformen beim Beamtensystem eingeführt, sodass jetzt auch Nichtadlige ein hohes Amt bekleiden konnten. Davor war es ja noch so gewesen, dass das Amt von Vater auf Sohn weitergegeben wurde und das hat natürlich nicht immer funktioniert. Beim Militär war es das Gleiche, auch hier wurde ein Leistungssystem eingeführt und es konnten nun auch Menschen von nichtadliger Abstimmung Offizier werden. Da durch diese Reformen der Staat gestärkt wurde, griffen besonders Qin und Chu diese Reformen auf. Chins Reformen waren am radikalsten, so wurden z.B. im Militärdienst die Belohnungen nach der Anzahl der getöteten Feinde bestimmt. Außerdem wurde das Justizwesen reformiert, so galt für alle Menschen, ob adelig oder nicht, das gleiche Recht. Chins Reformen sollten sich ordentlich auszahlen. Wir haben euch ja vorher schon eine Karte von 260 v. Chr. mit den sieben Reichen gezeigt. Ein Jahr später, also 259 v. Chr., wurde dann der Mann geboren, der später all diese Staaten einigen sollte. Ying Sheng Nach dem frühen Tod seines Vaters bestieg er im Jahr 247 v. Chr. den Thron von Qin. Da er noch nicht alt genug war, um zu regieren, übernahm er erst 238 v. Chr. die unumschränkte Regierung, die neun Jahre bis dahin hatte der Kanzler seines verstorbenen Vaters regiert. Im selben Jahr noch kam es zu einer Verschwörung gegen den König, die dieser jedoch abwenden konnte. Und nun ging es los. Mit einer angeblich 600.000 Mann starken Armee startete er einen Feldzug gegen das relativ schwache Nachbereich Han, das 230 v. Chr. unterworfen wurde. Einerseits war die für damalige Zeit überaus große Zahl der Soldaten für den Sieg entscheidend, natürlich aber auch die militärische Ordnung und Organisation des Staates, die durch die Reformen seiner Vorgänger etabliert worden war. 228 v. Chr. eroberte er dann Cao. 227 v. Chr. wurde aus dem Staat Yen ein Attentäter zum König Ying Sheng gesandt, das war jedoch ebenfalls erfolglos. Wei wurde also 225 v. Chr. eingenommen, Zhu dann 223 v. Chr. und schließlich noch Yen und Qi im Nordosten des Reiches 222 und 221 v. Chr. Nachdem er alle Reiche eingenommen hatte, ließ sich Ying Sheng nun Qin Shihuan Di, also erster erhabener Gotteskaiser von Qin, nennen. Damit begründete er das chinesische Kaiserreich und die Qin-Dynastie. Dem Kaiser und insbesondere seinem Kanzler Li Xi verdankte das Reich zahlreiche Reformen. So wurden zum Beispiel die Währungen der verschiedenen Reiche und die Schrift vereinheitlicht. Außerdem sorgte der Kaiser für den Bau eines neuen Straßen- und Kanalnetzes, um sein Reich zu zentralisieren. Zusätzlich hatte der Kaiser viele bauliche Großprojekte. Unter anderem ließ er ein riesengroßes Mausoleum errichten, in dem knapp 8000 Terrakotta-Soldaten den Kaiser nach dem Tod als Schützen der Armee begleiten sollten. Für den Bau dieses Mausoleums wurden viele Zwangsarbeiter rekrutiert und nach 221 v. Chr., als alle Reiche schon erobert waren, auch Soldaten eingesetzt, die nun ja nicht mehr so viel zu kämpfen hatten. 210 v. Chr. starb dann der Kaiser. Bereits kurz nach seinem Tod kam es im ganzen Reich zu Revolten und Aufständen, es kam zu Intrigen und Machtkämpfen zwischen Beratern und Nachkommen des Kaisers, sodass die Qin-Dynastie bereits 206 v. Chr. ihr Ende nahm. Erst 202 v. Chr. gelang es dann Han Gao zu, China erneut zu einen und neuer Kaiser zu werden. Er begründete dann die Han-Dynastie, die die nächsten 400 Jahre über China herrschen sollte. Alles klar? Hier links könnt ihr jetzt noch gerne ein anderes Video auschecken. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Like oder ein Abo da und schaut noch gerne in der Videobeschreibung oder auf unserem Instagram vorbei. Und dann war's das von unserer Seite. Tschö! Abo dauer Vielen Dank.